Bioshock Infinite Säbestellung Teil 2 Ich habe ja davon schon ein paar Folgen aufgenommen, aber irgendwie, ich weiß nicht, es ist nicht mehr, dass es mir keinen Spaß macht, sondern irgendwie... Ich bin sehr dankbar, dass du Dinge hast, die so gut zusammenfasst haben. Es muss hier etwas sein, was ich hier finden muss. Es muss etwas, was Su Chong anarbeitet hat. Ja... Irgendwas müssen wir finden. Blablablabla... Ja, auf jeden Fall hat sich das, wie gesagt, schon gespielt. Ich bin ein großer Fan von der Bioshock Reihe. Ganz speziell, aber ein paar Minuten, oder? Was ist das, was mit Sally zu tun? Du erinnerst, nicht wahr? Es ist noch nicht passiert. Ich habe gesagt, ich kann das nicht tun. Konzentriere, Elisabeth. Nein, die Tür sind geschlossen. Lutez Partikel. Ich benutze die Lutez Partikel. Wenn sie eine Stadt fliehen können... Es kann eine Pris- und riebe. Ich kann nicht die Tür öffnen, aber wir können dieses Gerät nutzen, um nach Colombia zu finden und eine Partikel zu finden. Aber es wurde vandalisiert. Du wirst es fixen. Klar. Du weißt, meine Tür ist nicht mit dem Lutez Partikel-Mannual. Du wirst es fixen. Ja, ich... Elisabeth. Du wirst es fixen. Okay. Okay, es muss hier ein paar Informationen sein. Na, schauen wir mal, was es hier für Informationen gibt. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan dieser Reihe. Es macht mega Spaß und... Nur so kann ich diese... Story endlich mal abschließen, wenn mich interessiert, auf was jetzt hier am Ende nun rauskommt. Die erste Seenbestattung war ja schon ziemlich spannend. Zwar sehr, sehr kurz, aber... sehr, sehr spannend. Ich kann mal schauen, aber ich glaube ich hatte schon mal das... allein gespielt. Und bevor ich es wusste, Ryan hatte mich aus meinem eigenen Restaurant. Und der Koreaner hatte den Platz. Es war ein guter Geschäft, ich sage dir. Ich sollte nie jemandem sagen, dass diese Lichter... Dasselige Gebäude, die ich in den Wolken gesehen habe. Und die meisten von allem... Ich sollte nie jemandem sagen, dass diese Frau, die einen Tag kam, auf jeden Fall, in dem ganzen Tag blöde Dress... War das ein Locktick? Well. Fuck. Was in der Hölle ist das? Ich würde 100% nicht in der Augenwohnlacht rumliegen, weil ich mich noch nie gesehen habe. Ich bin der Hölle der Hölle auf. Ich werde später auch helfen. Ich kann mich nicht in der Hölle auf genugen. Ich bin der Hölle auf der Hölle auf der Hölle auf der Hölle auf. Ich will das irgendwie hier noch nicht aktivieren. Jetzt hören wir uns das nochmal an. Sehr gut. Okay. Okay. Oh, gucken wir uns das jetzt mal an. Das ist so hart. Das sind elementen. Sodium, Titanium. Warum würde diese auf schematik sein? Es ist Code. Ein Visionärer Cipher. Wenn wir das Hydrogen als A und Iron als 26 Element als Z... Du immer brauchst eine Code-Key. Es ist hier. Ich kann nicht überraschieren, die Fallibility des Ego Maniak. Es sieht aus wie ein Punch-List für Dinge, die Suchung braucht, um die Maschine zu fixieren. A cold cathode tube, a carbon dioxide scrubber, and a heatsink. Any of the vending machines should have the cathode tube. And we can look for a CO2 scrubber in the bath, as fair show. A lot of models should have that. A heatsink. Oh, that's... We're in a department store. Are we gonna find... Keep your cool with old man winter. That'll work. Time to find those parts. And then I just have to repair the most sophisticated piece of technology ever created. Elisabeth, you saw yourself make this repair. You can do this. Whatever you say. Guess we better find our way out of here. Atlas, you there? I need a favor. A favor? I don't suppose you've conjured up the miracle you promised yet? I'm working on it. I'm gonna need some old man winter. You might try where they hawk them new bathyspheres. As I hear it, old man winter's the only thing keeps their batteries from bursting into flames after five minutes. Thanks. Think nothing of it. But it's the last favor you'll be getting. Penalty for vandalism of Suchong device is a death. Even for pretty lady. I suppose you'd be Suchong. Save your ammunition, your device doesn't work. Device of work? Vandal sabotage! You are vandal! Actually, I intend to fix your device. That is, unless you plan on coming down here and doing it yourself. It's not prudent for Suchong to return to the lab. And you say you can fix it. I broke your code, didn't I? Now just give me the one to open that door and we'll see what your creation can do. One, two, one, six. Your birthday? Enough of dark. Fix the machine. How'd you know that? Never underestimate the fallibility of the egomaniac. I was a bit shocked. I was a bit shocked. I was a bit shocked. Yes, sir. That's correct, sir. I'm representing Olympus Heights. I hope I do you all proud, Gain. For the talent portion, I've chosen a song that's ever so dear to my heart. Suggested by my dear, sweet, father. Now we can go over to the door. I have a fly, which is so good to the pisser. Was must I have to meet? Must I have to meet red or...? Wie mach ich denn das nochmal? Naja, aber ich hatte das jetzt nicht so mega gelohnt Ich muss nochmal kurz gucken Ach, Corona Okay, wir haben sieben Schuss Um Nicht in print on the little brats Yet Fink succeeded in imprinting his disgusting bird on his subject How was Fink Fink, this stupid man succeeded where Suchang failed If Suchang could obtain her sample of Fink's subject Suchang could determine Delta of genetic material with little sister Proof is in DNA pudding Mother of the 7 is important to me yourself So can I am on the 100% genuine article I am so A man the right to feel like a man Even though His family is taking care A man Never Your Who We worthy Entisch Leib Littes! Hmm, Looks like someone's been decrypting a code. We've confirmed completion of the ace in the hole. Suchong has it, but unlikely to give it up easily. We'll update when we know more. What's that all about? I'm just honored to be in the top of this unit. I hope you like me. Because I like nothing more than being distracted. And I'm just kidding. I have to say, I'm always excited when I play this game. I want you. I want you. I'm out. I want you back. Please. That's it. I'm out. I'm close. Oh. I want you to. I'm close to here. Das war's für heute. Das ist ein Schrauch noch so weit. Wie kann man einfach weggehen? Ja, ich würde gerne haben Kinder. Tres, zumindest. Natürlich, ich will ein paar. Komm schon! Lass uns noch etwas machen! Es wird immer wieder sein. Ich habe noch einen Scherz, aber ich habe noch einen Scherz. Okay. How can I keep it from happening to me? I feel like this is still around. I didn't say... I don't know where I love you. Come on out! Come back! You'll adore the spotlight! Butterflies in your stomach? Come here. I have... I'm too exhausted for a game of cat and mouse. These flying nerves are really hard. There is... We just came up and we've come in. Oh god! ich weiß nicht, ob er da ist ich weiß nicht, ob er da ist Da ist er. Okay, er geht runter. Das ist schon mal ganz gut. Okay. Ich weiß nicht, was du mit ihr zu tun hast. Tuck! Okay, also... Ich habe keine Ahnung wo. Ich sage jetzt nicht von hier bin ich gekommen. Ich finde so einen Automaten, yo. So von da bin ich gekommen. Hmm. Hmm. Okay. 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 So are you with me, Sean? Ah, 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 ah. Oh, man, Winter. That's how we'll call Su-Chung's machine. This fella Atlas has been making the rounds down here, trying to bring some kind of order to this pit. All the Slicers think the man walks on water, but something about him smells stink to me. Reminds me a bit of my former employer, Frank Fontaine. Always talking about how he was going to lift Rapture right out of the old man's wallet. No fuss, no muss. See where that got him. Yeah? Atlas sent me here for some old man Winter. You haven't been around here long, have you? What makes you say that? Because you're the only one of us who don't smell like the reptile house at the zoo. Now be quick about it, and just take the Winter. This ain't the goodwill. 后 answered Sorry! What the hell? You guys did! PN 1949 Mint W���hei POP Pilgrim Andre 改 So, uh, so Atlas asked me to figure out where to, uh, strike first when we bust out of this place, but, you know, it all depends on when we get out, you know? I mean, November 5th, it's a big founding of Rapture Shindig at, uh, Fort Frolic. Valentine's Day, you know, I mean, Arcadia's real popular. Uh, if it's near on New Year's Eve, then, hey, we could pop the corks up all the stuffed shirts down at the Kashmir restaurant. That's not gorgeous, Josh. Uh, let's see. Uh, let's see. Uh, let's see. Das war's für heute. Ja, kennt man ja, ne? Ich muss jetzt noch mal gucken, wie ich die EVE-Sachen wechseln kann. Plasmid-Menü-Q Oh, so will ich es. So, dann würde ich sagen, mache ich an dieser Stelle mal einen kurzen Cut. Und ich nehme gleich weiter auf. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao.